Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Die Farbe Lila. Ich bin der Sven und ich habe die große Ehre, den lieben Stu zu interviewen, da ich den Film nicht gesehen habe. Hallo, Stu. Hallo, lieber Sven. Und auch hallo an die ganze Zuhörerschaft da draußen. Ich vergesse das immer wieder, auch die Zuhörer draußen zu grüßen. Das tut mir leid. Stimmt. Hallo. Also, 1985 erschien Die Farbe Lila von Steven Spielberg nach einem Buch von Alice Walker in den Haupthollen damals. Swoopy Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey und viele andere. Jetzt, 38 Jahre später, kommt eine Neuinterpretation des Stoffes. Regie führte diesmal Blitz oder Blitz? Bazzawool. Ich freue mich seit Stunden darauf, wie du diesen Namen aussprichst. Ich kann ihn auch mit Pfälzisch ausdrücken. Das ist Bazzawool. Der verantwortlich ist für zum Beispiel Black is King oder Burial of Kojo. Steven Spielberg, Oprah Winfrey und Quincy Jones sind diesmal nur Produzenten. In den Hauptrollen hätten wir einmal die Fantasia Barrino als Selly. Das ist eine R'n'B-Sängerin, die auch hier ihr Debüt feiert. Dann hätten wir unter anderem noch Chiara, die auch Hip-Hop und R'n'B macht als Nettie Harris. Louis Gossett Jr. und, und andere. Wen man natürlich noch erwähnen sollte, ist Daniel Brooks als Sophia, die sogar eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin erhalten hat. So, genug von mir. Lieberst du, worum geht's denn? Ja, die Farbe Lieder handelt von Selly und die lebt Anfang des 20. Jahrhunderts in Georgia. Und als wir sie kennenlernen, ist sie in einer sehr prekären Situation. Nämlich, sie lebt in ihrer jüngeren Schwester, die das einzige Licht in ihrem dunklen Leben ist, bei ihrem sehr herrischen Vater. Und der Vater ist sehr übergriffig und Selly hatte schon zwei Schwangerschaften. Beide Kinder hat der Vater einfach weggegeben. Und dann eines Tages kommt ein, ja, ich möchte sagen, ein Herr, ein Farmer aus der Gegend, der einfach nur Mister genannt wird von Coleman Domingo. Das ist die Rolle, die damals Danny Glover gespielt hat. Und möchte halt Selys junge Schwester heiraten. Aber der Vater sagt, nee, die ist zu gut, die ist zu hübsch für dich. Aber nimm mal die Selly und Selly geht dann eben zu diesem Mister in die Familie. Er hat schon Kinder von einer früheren Beziehung und wird von diesem armen Mann, äh, von diesem armen Mann, und sie wird dann von diesem Mann, ja, missbraucht, also missbraucht zusammengeschlagen und erleidet viele Qualen. Aber es gibt in diesen Jahren, in denen sie bei ihm ist, auch immer wieder Hoffnung. Unter anderem eine Bekannte namens Shook Knight, die mit Mister maldiiert war. Oder aber auch in späteren Jahren die Ehefrau eines der Söhne von Mister. Und nach und nach erkennt Sely, dass sie für sich kämpfen muss und für sich einstehen muss und wächst quasi damit immer mehr und immer mehr. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir Mühe gegeben. Okay, ich bin begeistert. Dankeschön. Kennst du die Vorlagen? Das Buch habe ich nie gelesen. Ich habe den Film von Steven Spielberg zwei, drei Mal gesehen, zuletzt vor, ich würde sagen, fünf oder sechs Jahren. Es war ja auch der Film, in dem Mopi Goldberg zum Kinostar geworden ist. Und ich mag den Film ganz gerne. Ich finde es ganz interessant, dass das 1986, war er ja bei den Oscars, war er elf Mal nominiert und das war so der erste Versuch von Steven Spielberg, auch außerhalb von dieser Blockbuster-Blase wahrgenommen zu werden. Aber trotz elf Nominierungen hat er tatsächlich keinen einzigen Oscar gewonnen. Und auch jetzt bei der Neuverfilmung, die Farbe lila, war ja irgendwie angedacht so, oder hat Warner ja gehofft, dass man da ein paar Oscars mit einheimsen kann. Aber bis auf, du hast es schon erwähnt, Daniel Brooks, die ich zuvor auch nur in Peacemaker gesehen habe, hat es ja keine Nominierung bekommen. Ja gut, die haben ja so in, also außerhalb der Oscars ja ordentlich abgeräumt, habe ich gesehen. Also ganz viele Nominierungen, aber auch ganz viele Preise, die sie kassiert haben. Ja, wie schlagen sich die Darsteller und insbesondere Fantasias Debüt? Keine Ahnung, wer diese Frau ist, diese Fantasia oder Fantasia Barino. Ich habe mir halt im Nachfeld sagen lassen, dass sie in den USA wohl relativ bekannt ist und auch irgendwie R&B, Kremi-Preisträgerin ist oder was es da für Auszeichnungen gibt. Und ich muss aber auch sagen, dass sie einen ganz hervorragenden Job macht. Also dieses Lob kann man auf die gesamte Besetzung übertragen. Besetzungstechnisch ist das Remake wirklich eine ganz, ganz sichere Bank. Da hätte auch jeder eine Nominierung verdient bekommen. Also nicht nur die Daniel Brooks, aber die macht halt schon in der Rolle der Sophia den meisten Eindruck, weil diese Sophia halt eine sehr psychose Frau ist, die eben auch ein bisschen trampelig ist und sich auch nichts gefallen lässt. Und die Rolle ist ja damals gespielt worden von Oprah Winfrey. Okay. Ich habe auch oft gelesen, also ich habe gelesen, es gibt tatsächlich Humor und Traumsequenzen. Wie fügen die sich in dieses ernste Thema ein? Zum Humor, ich finde auch, dass das Original hat Humor, aber ich würde das nicht so beschreiben von wegen Humor, dass jetzt irgendwelche Pointen sind oder irgendwelche Witze abgefeuert werden, sondern es gibt eben auch Momente, in denen die Figuren eine schöne Zeit haben und Spaß haben. Und das ist natürlich dann auch dementsprechend inszeniert. Und was die Traumsequenzen angeht, würde ich jetzt gar nicht so sehr als Traumsequenzen deuten. Das ist halt, das haben wir noch gar nicht gesagt, eine Musical-Verfilmung, also ein Remake in Musical-Form des Originalfilms, beziehungsweise eine Adaption des Bühnen-Musicals, was es, glaube ich, seit auch jetzt fast 20 Jahren schon gibt. Und diese Musical-Sequenzen, die werden halt irgendwie in den Film eingebracht. Man kann das natürlich gerne als Traumsequenzen deuten. Es ist mir aber tatsächlich in den meisten Fällen die so vorgekommen, sondern einfach wie ein ganz klassisches Musical. Die Leute erleben was, die Leute haben Emotionen. Diese Emotionen werden dann mit Gesang und Tanz halt eben auf die Leinwand übertragen. Und wie ist da die Verteilung der Musik-Einlagen? Ist es gestaffelt oder ist es einfach eine gute Abwechslung so für zwischendurch? Also zu Beginn hatte ich das Gefühl, das wird so ein Musical sein, wo du gefühlt keine drei Minuten ohne einen Song auskommst. Hat sich dann aber mit der Zeit gut verlagert. Ich, aus meinem persönlichen Empfinden, hatte irgendwie das Gefühl, dass vor allem so nach der Hälfte die Musical-Einlagen weniger werden, deutlich weniger werden. Aber eine Kollegin war anderer Meinung, die hat das genau gegenteilig wahrgenommen. Aber für meine Wahrnehmung hatte ich das Gefühl, dass der Film gegen Ende fast ein bisschen vergisst, dass er ein Musical ist. Aber darüber möchte ich mich als jemand, der mit Musicals normalerweise noch nicht so viel anfangen kann, will ich mich nicht so sehr darüber beschweren. Sind die Unterschiede groß zwischen der Neuinterpretation und des alten Films? Also wenn man natürlich den Elefanten im Raum mal beiseite lässt, nämlich dass es sich hier um ein Musical handelt und der Spielberg-Film eben kein Musical war, ist es natürlich erzählerisch relativ eins zu eins. Trotz allem finde ich, dass die neue Farbe Lila ein bisschen mehr auf die heutige Befindlichkeit ausgelegt ist, weil er diese Grausamkeiten, die diese Cilly erleiden muss, oder auch andere Figuren, die sind zu sehen, die werden aber nicht so drastisch, sag ich mal, ausgespielt, wie 1985 unter Spielberg. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Spielberg-Film total krasses Gewaltporno-Exzess war, das war natürlich nicht, aber zum Beispiel die Gewalt, die Cilly erleidet, wird oftmals nur angedeutet, beziehungsweise es reicht dem Film halt aus, einmal zu zeigen, wie sie von ihrem Ehemann geschlagen wird und zeigt es nicht immer wieder. Und da ist jetzt natürlich die persönliche Ansicht, wie man das findet. Ich für meinen Teil finde, es hätte dem Film, so blöd es klingt und so doof es klingt, gut getan, ein bisschen, sag ich mal, die Grausamkeit dann doch ein bisschen mehr zu zeigen, weil durch dieses Fehlen von den Anführungszeichen präsenter Grausamkeit fehlt hier halt ein adäquates Gegengewicht, damit diese Szenen, wenn mal was Schönes passiert, auch wirklich glänzen können. Das ist aber tatsächlich so ein bisschen Nitpicking. Ich für meinen Teil finde halt, das Original ist dramaturgisch um einiges roher und kraftvoller, aber die Neuverfilmung macht halt auch einen guten Job. Aber wenn man wirklich fragt, wo ist der größte Unterschied, ist es halt ganz klar darin, dass es ein Musical ist. Okay, also ist es auch was für die Fans der Vorlage von 85? Würdest du den genauso empfehlen oder sagen, oh nee, dadurch, dass es eher so ein bisschen in Anführungsstrichen abgeschwächter ist von der Intensität, dass man sagt, nee, ist eher was für die neue Generation? Es ist, glaube ich, wirklich eine persönliche Präferenz. Wenn du dein Drama oder deine Dramaturgie lieber halt ein bisschen kraftvoller und auch wirklich auch unangenehmer magst, dann ist das Original, glaube ich, vermutlich besser dein Ding. Wenn du aber halt wirklich, und das meine ich jetzt ohne böse Wertung, aber wenn du halt wirklich Probleme hast mit der Darstellung von zum Beispiel häuslicher Gewalt, dann dürfte das Remake für dich dann schon besser sein, weil es verschweigt diese Dinge nicht, aber es zeigt sie nicht so sehr wie das Original. Und natürlich ganz klar, wenn du halt mit Musicals absolut nichts anfangen kannst, wirklich gar nichts, dann ist der Film sowieso für dich geeignet wie ein Sonnenbad für einen Vampir. 140 Minuten ist auch schon ein kleines Brett. Konnte er dich 140 Minuten lang fesseln oder hast du dir irgendwann zwischendrin gedacht, okay, jetzt gib mal ein bisschen Gas? Ich finde, das ist einer dieser Filme, wo du die Länge merkst, aber sie tut dem Film durchaus gut. Also es ist ein Film, der hat ein gewisses Tempo, das so angesiedelt ist zwischen gemächlich und hin und wieder mal ein bisschen schnell. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf die Uhr gucken wollte und mir dachte, Gott, jetzt kommt mal zum Punkt. Das nicht, weil dafür ist die Geschichte einfach zu gut dramaturgisch auch entwickelt, also vom Ablauf und wie sich dieses Sealy entwickelt. Das ist einfach zu gut umgesetzt und war auch zu gut gespielt, als dass ich sagen würde, ich hätte jetzt 140 Minuten lang da gesessen und dachte, jetzt macht mal hin. Es ist kein, in Anführungszeichen, kein temporeicher Film, aber ich glaube, das wäre auch eher kontraproduktiv gewesen. Hätte es für dich jetzt diese Neuinterpretation gebraucht oder hast, hättest du gesagt, nee, mit dem Alten, das ist ein Klassiker, den hätte man so lassen sollen? Interessant, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ist der Alte wirklich so ein Klassiker? Also wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du dir jetzt Steven Spielburgs sehr vielseitige Regie wieder anguckst, da sind ja wirklich Dinger drauf, die ja in Jahrhunderten noch genannt werden. Der Weiße Hai, Indiana Jones, Schindler's List, Jurassic Park, etc. pp. Und würdest du sagen, dass das ein Klassiker ist? Also ist das in deiner Empfindung, ist die Farbe Lieder für dich ein Klassiker? Nee, also bei mir ist es aber auch, ich habe ihn in den 90ern mal gesehen und ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Aber nee, ich würde auch, wenn jemand zu mir sagen würde Spielberg, würden mir tatsächlich die Sachen einfallen, die du schon genannt hast. Farbe Lieder eher nicht. Ja, das glaube ich auch. Die Farbe Lieder von Spielberg ist, glaube ich, in erster Hinsicht deswegen interessant. Zum einen, weil halt eben Whoopi Goldberg damit zum Starboard und zum anderen, weil es das erste Mal war, dass Steven Spielberg sich so beweisen wollte, guck mal, ich kann auch anspruchsvolles Kino machen. Ich mache nicht nur hier großes Gaudi-Kino mit Indiana Jones und E.T. und Weißen Hain, sondern ich kann auch wirklich ein dramaturgisch sehr anspruchsvolles Kino machen. Ein Kino, das Leute emotional mitreißt, nicht mit großen Schauwerten, sondern eben mit Gefühlen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, aber ich würde tatsächlich auch nicht sagen, dass es in, ich glaube, es ist ein wichtiger Film in der Regie wieder von Spielberg, aber ich würde ihn auch nicht als Klassiker beschreiben. Das, glaube ich, dafür ist er dann doch zu unbekannt. Und ich glaube auch, dass der Ausdruck Klassiker, vor zehn Jahren, glaube ich, wäre es noch okay, aber mittlerweile ist der, glaube ich, auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es gibt ja bei jedem großen Regisseur immer so zwei, drei Filme, die mal früher richtig bekannt und berühmt waren und dann aber so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Hm. Ja. Ja. Okay, okay, okay. Ich schliebe die nicht. Der Film hat mich in eine Identitätskrise verfrachtet. Oh, erzähl. Und zwar, ich mag keine Musicals. Ich bin wirklich kein großer Musical-Fan und jetzt habe ich halt den Fall gehabt, dass ich Ende letzten Jahres mit Wonka schon recht viel anfangen konnte, den ich auch wirklich schön fand und den ich sogar zweimal gesehen habe im Kino und jetzt kommt halt eben dieses, die Farbe-Lila-Remake um die Ecke und ja, das muss man eins sagen, ich finde, dass es, die Musical-Szenen sind halt die Szenen, die auch wirklich super inszeniert sind. Da merkt man einfach, dass dieser Regisseur, dieser Blitz, Basavule, wirklich aus der, in Anführungszeichen, Musikindustrie kommt. Der hat ja dieses Blacklist King, hast du ja schon gesagt, vorhin mit Beyonce gedreht und diese Musiksequenzen in Farbe-Lila sind unglaublich super inszeniert. Der kann das, der schafft es wirklich gut, diese Bewegung und diese Musik so transferieren auf die Leinwand. Das Problem ist aber, dass der restliche Film mir immer ein bisschen zu geleckt und zu oberflächlich aussieht. Also ich spiele hier in Georgia, so die Geschichte fängt glaube ich an, 1918 und endet so, ich glaube so 1950, also relativ viel Zeit vergeht da und Georgia ist, das ist Sumpf, das sind Felder, das ist Hitze, das ist so eine schwüle Luft und das kommt irgendwie nicht so richtig rüber, weil er immer zu geleckt aussieht, dieser Film. Das würde ich ihm vorwerfen, das hat mir nicht gefallen. Also innerhalb der Musical-Sequenzen finde ich passt das, aber außerhalb fand ich es eher ein bisschen unschön. Also es war unschön, dass der Film so schön aussieht, das könnte man vielleicht so sagen. Und zu den Musicals, oder zu den Songs an sich, ich finde da ist kein Song dabei, der mir im Gehörgegang hängen geblieben ist. Also wirklich, also es ist kein Song dabei, der mich genervt hätte, das nicht, aber ich kam aus dem Kino und nach drei Minuten hättest du mich fragen können, summe einen Song nach, ich hätte dir nichts nachsummen können. Also da blieb wirklich nichts hängen, das ist jetzt kein Musical, wo du die großen Hits hast. Also du hast da so, sowas wie Time Warp oder so, würdest du da nicht finden. Ah, ich habe nämlich mal geguckt gehabt, ich habe den Soundtrack nicht gehört, aber ich habe so drüber geschaut, da war ja wirklich alles, ist ja wirklich alles dabei, was irgendwie Rang und Namen hat. Ganz viele Sachen kannte ich auch nicht, aber naja gut, Quincy Jones ist halt auch schon eine ordentliche Hausmarke, dass der dahinter dran steht und mitproduziert. Da war klar, dass der Soundtrack jetzt nicht irgendwie 0815 wird, also zumindest mit 0815 Leuten besetzt ist. Eine Frage hätte ich noch, ist es ein Film für die ganze Familie? Weil gestern, als ich recherchiert habe, habe ich mir das Poster angeguckt und dachte, das transportiert irgendwie nicht die Ernsthaftigkeit des Themas des Films, sondern sieht aus wie, ja, wie ein Musical. Wie Dreamgirls. Ja, wie irgendwas, ach komm, das könnte für die Family eigentlich so ein netter Film fürs Kino sein, da gehen wir jetzt alle mal rein. Ich meine, das ab 12, da kann man auch die Kleineren mit reinschleifen. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, wie er beworben wird, aber ich finde, dass das Poster an der Hinsicht passt, weil der Film sich halt wirklich so, also er rückt dieses, das Aufbauende schon in den Fokus. Also es geht ihm jetzt wirklich nicht, ich sagte ja schon, dass die Grausamkeit, die es hier erleiden muss, deutlich reduzierter ist im Gegensatz zum Original. Dafür aber halt eben versucht wird, wirklich diesen Erbauungsprozess oder ihren Weg halt wirklich zu zelebrieren, dass sie sich halt für sich selbst einsteht. Ich würde sagen, also den Original Farbe Lila, der auch, glaube ich, eine 12-Freigabe hat, den würde ich jetzt mit niemandem gucken wollen, der unter 12 ist. Bei der neuen Farbe Lila kann man schon, glaube ich, mit Jungen reingehen. Also es gibt, wie gesagt, härtere Momente, aber die sind relativ rar gesät und die haben auch nicht diesen Impact. Was halt ein bisschen schade ist, weil zum Beispiel Coleman Domingo ist ein toller Schauspieler, aber sein Mister, der ist, ich weiß nicht, Danny Glover, 1985, den fand ich wirklich nochmal hassenswerter. Also es würde die, sagen wir mal, die 12-Jährigen jetzt nicht komplett überfordern. Also ich bin kein Pädagoge, aber ich glaube, dass 12-Jährige auf TikTok bestimmt schon Schlimmeres gesehen haben als jetzt die Farbe Lila. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, geh auf jeden Fall mit deinem 6-jährigen Kind da rein, aber ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwelche Schäden hinterlässt. Das glaube ich nicht. Okay, willst du noch ein Fazit fällen? Diese Neuadaption ist, obwohl sie sanfter ist als das Original, heißt es immer noch sehr kraftvoll, die Leistung der Besetzung ist formidabel, das ist mit einer der größten Pluspunkte, die ich diesem Remake geben kann. Die Inszenierung der Musical-Szenen ist auch glanzvoll geraten. Außerhalb von diesen Musical-Sequenzen war er mir aber visuell einfach zu öde, zu oberflächlich einfach, zu poliert. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Original und Remake, würde ich ganz klar das Original bevorzugen, einfach weil ich beim Original mag, dass der halt ein bisschen roher, ein bisschen noch kraftvoller ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich drüber streiten, muss man jedes Mal Grausamkeiten zeigen. Wenn man sie auch nur andeuten kann, weil jeder weiß eigentlich, was gemeint ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Alles in allem, das Remake ist kein Film, den man braucht, aber es ist insgesamt ein guter Film. Und wenn man den gucken möchte, dann soll man das gerne tun. Und das haben wir doch gar nicht gesagt, ab 8. Februar läuft der im Kino. Genau. Wunderbar. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen... zum Abschluss was singen. Wir machen die Sache zu. Ich mache jetzt meine Abmoderation, was du danach treibst. Das ist ganz viel überlassen. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Ja, ist geklaut. Auf tele-stammtisch.de. Bei unserer Website gibt es alle Folgen. Falls ihr euch's du halt nochmal anhören wollt, den gibt es da auch ganz oft. Ich habe irgendwie jetzt schon Bock auf Musical. Ich mag ein bisschen Musical, aber ich glaube, ich schaue mir heute Abend Kommando an, den Bollywood-Kracher mit Action singen und tanzen. Ich sage schon mal Ciao und am Schluss darf der liebes Du. Tschüss. Ich werde jetzt doch nicht singen, weil dafür wird mir hier eindeutig zu wenig gezahlt. Aber ich wünsche euch trotzdem noch eine schöne Zeit und vielen Dank bis zuhören und bis zum nächsten Mal. Was guckst du dir für Filme an? Kommando, kennst du nicht? Geil. Die tanzen und singen und krass. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.